Wer sind Sie eigentlich? Das wissen Sie. Sie alle wissen das längst ganz genau. Sagen Sie meinen Namen. Was soll ich? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer Sie sind. Doch, haben Sie schon. Ich bin der Koch. Ich bin der Mann, der Gus Fring umgebracht hat. Blödsinn. Das Kartell hat ihn umgelegt. Sind Sie sicher? Ganz recht. Und jetzt, sagen Sie meinen Namen. Sie sind Heisenberg. Endlich haben Sie es erfasst. Das ist dochily Ann left. Das klang über lebt. Ja, bei Ihnen gibt es ja heute. Vielen Dank.